Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat. Ja, und heute wollen wir mal ein bisschen ins Eingemachte zum Thema Matchmaking geben. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall auch bis zum Schluss dran zu bleiben, weil im zweiten Teil dieses Videos werden wir uns mal ein paar Statistiken anschauen und werden dann mal so ein paar Aussagen, die gerne getroffen werden, genauer unter die Lupe nehmen. Und ich zeige euch noch ein paar nette Gimmicks, wie ihr quasi selber noch gut an Informationen kommt. Also da auf jeden Fall dranbleiben. Ansonsten, wie komme ich zu diesem Video? Ich habe vor circa zwei Wochen ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, der Indienpanzer und der Panther, das sind zwei Panzer, die bei vielen einfach unter dem Radar laufen und ich halte sie beide für sehr stark. Für mich der Panther einer der besten Siebener-Mediums, wenn nicht sogar der beste, weil er einfach eine saustarke DPM hat. Er hat mit 1300 HP sehr viele Strukturpunkte und ihr habt vor allem, gerade das für Free-to-Play-Player auch nicht unrelevant, eine mega starke Standardmunition. Da gab es dann ganz viele, die in den Kommentaren geschrieben haben, ja, ist ja alles schön und gut, dass du uns hier jeweils von beiden Panzern eine Top-Tier-Runde gezeigt hast. Die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Dann wurden wieder wilde Statistiken, selbst verfasste Statistiken, möchte ich fast sagen, da in die Kommentare reingehauen, wie dass man ja zu 70, 80, 90 Prozent Lot hier ist, dass man meistens gar keine Chance hat. Und wir wollen heute auch mal so vielleicht ein bisschen hinterfragen, woher kommt denn das, diese Eindrücke, die man da so hat. Und natürlich ist das ein Stück weit auch bedingt, wenn man jetzt eine scheiß Session hatte und man ist einen Panzer gefahren, mit dem man dann die ganze Zeit auf die Fresse gekriegt hat, dann macht es so mit allem regelmäßig, dass man vielleicht die Matches auch anders wahrnimmt. Man ist ja sowieso schon im Tilt-Modus, dann, um das Ganze vielleicht noch zu dramatisieren, erfindet man noch ein bisschen was dazu, beziehungsweise, ich will gar nicht sagen, dass das jetzt bewusst gelogen ist oder bewusst übertrieben, sondern es ist dann einfach so dieses Subjektive, ja, die Betonung liegt auf subjektive Empfinden. Und ich möchte jetzt hier auch überhaupt niemanden vorführen und ich möchte auch, es liegt mir nichts ferner, als jetzt Leute dafür zu kritisieren, dass sie vielleicht nicht so gut sind. Also versteht mich nicht falsch, ich möchte das Ganze nur mal so ein bisschen in den Kontext setzen und vielleicht dem einen oder anderen auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben und auf der anderen Stelle vielleicht auch noch mal Wargaming ein bisschen kritisieren, weil auch Wargaming könnte ihre Hausaufgaben definitiv in dem Bereich besser machen, gerade wenn man sich die Statistiken, die wir uns gleich anschauen, mal zu Gemüte führt, dann wird einem schon einiges ziemlich klar und um da den Spielspaß für alle zu erhöhen, müsste auch Wargaming auf jeden Fall langfristig mal tätig werden. Kommen wir zu meinem persönlichen Selbstexperiment. Ich habe das damals ja schon mal mit dem Tiger gemacht, ich habe die Zahlen auch noch mal rausgesucht. Dieses Mal war es auf meinem Free-to-Play-Boss-Kyle-Account, da habe ich mir den Panther gekauft nach meinem Video und der Kritik an dem Video und bin dann 50 Runden den Panther gefahren. Am Ende standen, glaube ich, 68,7% Siegrate und ich glaube, ich habe um und bei 1700 Durchschnittsschaden selber gemacht und dann noch mal durchschnittlich 400 bis 500. Ganz genau weiß ich das jetzt gerade gar nicht, ihr könnt ja aber jederzeit auch gerne in meinen Wehrpass reinschauen, da steht das sonst. Also noch mal so 400 bis 500 Unterstützungsschaden. Also ich würde sagen, ich war ganz passabel unterwegs, WN8 mäßig ausgedrückt war das auch etwas über 3700 WN8. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall gepasst, dafür, dass wir hier auch nur Standard-Equipment verbaut haben. Also ich habe hier eine Lüftung, ich habe hier einen Ansetzer und einen verbesserten Drehmechanismus verbaut, weil man auf dem Panther keinen Stubby verbauen kann. Des Weiteren habe ich dann, wie gesagt, 50 Runden gespielt und habe alle Runden mal getrackt und am Schluss ist es dann rausgekommen, beziehungsweise ich habe es eingeteilt in Minus 2, Minus 1. Also Minus 2 bedeutet, wir sind in einem 9er-Gefecht. Minus 1 bedeutet, wir sind in einem 8er-Gefecht. Gleiche Gefechte, also einstufige Gefechte, gibt es auf Tier 7, wie wir uns gleich auch noch mal bei den Server-Stats anschauen werden, überhaupt nicht. Also es ist auch nicht ein einziges Mal vorgekommen. Ich habe dann auf den Server-Stats auch nicht ein einziges getracktes Gefecht gesehen. Also es gibt wohl scheinbar keine einstufigen 7er-Gefechte. Ja, und dann gibt es natürlich noch Plus 1, Plus 2, bedeutet, ihr seid Top-Tier gegen 6er oder ihr seid sogar Top-Tier gegen 5er. Dieses Matchmaking, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht, also das Minus 1, das wir in Gefechten mit Achtern sind, das hat 40% stattgefunden oder 42% sogar. Das war damit das meistgespielte Template, was ich quasi bekommen habe. Fangen wir aber mal vorne an, dass wir jetzt wirklich in 9er-Gefechten waren. Von 50 Runden ist das 9 Mal vorgekommen. Das sind 18%. Das deckt sich auch so ein bisschen mit den Server-Stats. Dann, dass wir in 8er-Gefechten waren, das ist ganze 21 Mal vorgekommen. Das sind 42%. Wie gesagt, die gleichen gibt es gar nicht, also die einstufigen Gefechte. Dass ich Top-Tier war gegen 6er, ist 15 Mal vorgekommen, also immerhin 30%. Und dass wir gegen 5er Top-Tier waren, ist in diesen 50 Gefechten 5 Mal vorgekommen, also 10%. Nimmt man jetzt die plus 1 und plus 2 Matches zusammen, dann kommen wir auf 40% Top-Tier-Gefechte und 60% Loth-Tier-Gefechte. Weil wie gesagt, es gibt keine einstufigen Gefechte, die müsste man dann da noch dazu addieren. Mit dem Tiger 1, mit dem ich das damals gemacht habe, war das noch ein bisschen anders. Da war ich tatsächlich deutlich häufiger in den 9er-Gefechten, dafür weniger oft in den 8er-Gefechten. Also da ist von den 42% gegen 8er, ist das ein bisschen runtergegangen auf 39%. Und wir waren dafür deutlich häufiger in 9er-Battles. Da habe ich jetzt tatsächlich aber auch nichts zu in den Server-Statistiken gefunden. Das ist jetzt mein, das möchte ich auch ganz klar kennzeichnen, mein subjektiver Eindruck, dass man mit den Heavies deutlich häufiger oder zumindest etwas häufiger Low-Tier ist, als mit mittleren Panzern, TDs oder Lights. Das ist so mein Eindruck. Auch wenn ich jetzt viel sowas wie T29 gefahren bin oder auch den Tiger 1 etc., da waren wir noch ein ganzes Stück weit häufiger Auffüllmaterial für die 9er-Gefechte. Alles in allem kann man aber sagen, hat sich das in etwa die Waage gehalten und grundsätzlich kann man sagen, dass man selbst in der Stufe 7, wo es keine einstufigen Gefechte gibt, 40% Top-Tier, das ist ja immerhin allerhand was. Und das sollte ja dann bedeuten, wenn man wenigstens diese Gefechte alle für sich entscheiden kann oder zumindest da den Unterschied macht, dass man schon mal nicht 90% Low-Tier ist und dieses Ammen-Märchen, dass man die ganze Zeit mit dem Panther gegen 9er antritt. Ich denke, das haben wir damit auch ein Stück weit widerlegt und das, wie gesagt, werden wir uns gleich nochmal, weil 50%, ja, äh, 50 Gefechte ist eine nette Strichprobe, keine Frage, aber wir können da auch gleich nochmal das Ganze mit den Server-Statistiken vergleichen. Soll also heißen, dass, äh, jeder, egal welcher Spieler, ob ihr jetzt ein Premium-Account habt, ob ihr kein Premium-Account habt, ob ihr WOT Plus habt oder nicht, ähm, ihr seid nie 90% Low-Tier. Es kann natürlich mal sein, wenn ihr nur 5 Gefechte spielt, dass ihr von diesen 5 Gefechten, äh, 3 gegen 8er habt und 2 gegen 9er. Wenn ihr dann nach diesen 5 Gefechten den Panzer wechselt oder das Spiel schon ausmacht, dann ist es natürlich so, ähm, dass ihr für den Moment sagen könnt, ihr wart sogar 100% Low-Tier, aber ist das jetzt eine aussagekräftige Vergleichsmenge? Auf gar keinen Fall. Dass es mal Sessions geben kann, wo man dann doch, äh, ein bisschen häufiger Low-Tier ist, dafür aber dann wieder andere Sessions, wo man häufiger Top-Tier ist. Das blendet man dann, glaube ich, ganz gerne aus, gerade wenn es dann vielleicht auch in dieser Session besonders, ja, bescheiden gelaufen ist. Dann war man vielleicht noch, ähm, zweimal Low-Tier, ähm, und da hat man hart auf die Nüsse gekriegt, obwohl man vielleicht sogar eine geile Runde hatte. Und dann als nächstes ist man Top-Tier, das eigene Team ohnehin viel zu stark für das Gegnerteam und schwuppdiwupp ist aus dem Tagessieg dann eine Zwei-Schuss-Runde geworden. Auch das zieht dann natürlich massiv die Laune runter. Jetzt ist es so, dass wir auch eine ziemlich ungleiche Verteilung in den Panzerstufen haben und dass wir darüber hinaus natürlich auch noch diese eine Stufe, diese eine, ähm, Premium-Vollzeitstufe haben, wie ich sie so gerne nenne, also die Stufe 8, die unverhältnismäßig viel mehr Spiele hat als alle anderen Stufen. Und, äh, da sich natürlich auch der Großteil der ganzen eingeführten Premium-Panzer, die zum Teil ja eigentlich eher Neuner sind, ich denke da zum Beispiel an sowas wie ein Borask, ich denke da an sowas wie ein BZ, an sowas wie ein Progetto, das sind ja eigentlich alles, äh, Neuner im Achtermantel. Aber, um das jetzt mal genauer unter die Lupe zu nehmen, würde ich sagen, schauen wir jetzt mal auf die Server-Statistiken. Ja, bevor wir weitermachen, ähm, ganz kurzer Dank an den Sponsor des heutigen Videos und nochmal vielleicht für den einen oder anderen Interessierten ein paar Anmerkungen. Nifter ist ja schon eine ganze Weile Partner von mir auf dem Kanal, die unterstützen mich, ähm, und ihr kriegt natürlich auch mit dem Code Maus10 auf deren Hardware-Produkte Rabatt. Zusätzlich geben sie mir die Möglichkeit, mein eigenes Pad rauszubringen. Das hier, das war ja das große XXL-Maus-Pad, was wir vor Weihnachten an den Start gebracht haben. Die Zusammenarbeit läuft so, dass ich immer in Chargen quasi bei denen die Pads, ähm, vorbestelle und die für mich den E-Commerce übernehmen. Ich habe jetzt da damals, äh, das Pad war sehr, sehr gefragt, äh, drei Chargen a 200 Pads abgenommen, ähm, aber danach, wie gesagt, da kam dann auch nicht mehr viel und ich trage dann in dem Fall immer das Risiko und immer gleich 200 Stück abzunehmen, damit der Preis so gehalten werden kann, wie er ist. Das war mir dann das Risiko zu groß und deswegen gibt's dieses Pad jetzt auch nicht mehr. Ich weiß, es gibt vereinzelt noch Leute, die das vielleicht gerne gehabt hätten. Tut mir leid, aber, wie gesagt, ich muss das dann immer in 200er Stücken abnehmen und, äh, ich glaube, ihr versteht das. Derzeit haben wir ein neues Pad, weil ich wollte unbedingt auf jeden Fall mindestens einmal in meinem Leben so ein Artie-Meme-Pad gebracht haben. Das sieht so aus. Ich muss das mal ganz kurz richtig rumhalten, so. Das ist in der Größe L. Davon habe ich jetzt auch erstmal nur 200 Stück geordert. 80 sind bis jetzt verkauft. Ähm, wenn das sich jetzt im April, ja, wie gesagt, unter den 200 einpendelt, dann wird es das auch nur den April übergeben. Das wollte ich jetzt hier an der Stelle nur nochmal gesagt haben, dass ihr Bescheid wisst. Falls es das dann ab Mai nicht mehr gibt, seid mir nicht böse. Das ist im Prinzip immer für mich dann auch in Anführungszeichen das Risiko, dass ich dann halt immer diese Chargen abnehmen soll. Ähm, also, wer so ein Pad haben will, der kann es sich jetzt noch bestellen. Falls die Nachfrage doch noch wiedererwartend größer werden sollte, dann würde ich noch eine Charge bestellen. Aber ansonsten wird das jetzt erstmal bei diesen 200 Stück bleiben. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Ja, und die Seite TanksGG, die kennt ihr wahrscheinlich alle oder zumindest hoffe ich, dass viele die kennen, weil sie nicht nur euch selber gute Auskünfte über euren Fortschritt mit eurer Siegrate, eurer WN8, eurem Durchschnittsschaden gibt, wenn ihr hier euren Spielernamen eingibt. Sondern man kann natürlich auch eine ganze Menge an Statistiken da finden. Unter anderem zum Beispiel Server Stats. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann sehen wir hier oben die Win Rate Distribution. Also hier können wir zum Beispiel sehen, ich muss mal hier ganz kurz die Werbung wegklicken, weil die mich wahnsinnig macht. So, hier könnt ihr zum Beispiel sehen, wo der absolute Durchschnitt ist. Und das ist derzeit bei 48% Siegrate. Ja, und hier ist dann der Großteil von 46 bis 51% Siegrate der Großteil der Spieler auf dem EU-Server unterwegs. Bei der WN8 sehen wir hier, dass der Durchschnitt irgendwo mittlerweile bei 800 bis 900 liegt. Das war mal anders. Also wir sind durchschnittsmäßig relativ weit nach links gerückt. Der Durchschnitt war irgendwann mal vor ein paar Jahren bei 1100 bis 1300. Wie gesagt, jetzt ist der Durchschnitt hier irgendwo zwischen 700 bis 1000. Auch bei der Siegrate sind wir ja schon ein ganzes Stück weit weiter nach links gerutscht. Da war der Durchschnitt irgendwann mal nicht bei 48%, sondern zwischen 49 und 50%. Also sehen wir, dass wir so eine leichte Korrektur nach links haben hier. Und woran liegt das? Das hier ist einer der Hauptgründe. Wenn wir jetzt hier mal 30 Tage Battle Distribution sehen, dann sehen wir, dass der Großteil der Gefechte auf den Stufen 8, 9 und 10 stattfindet. Also ihr seht das hier, sogar Tier 10, die zweitmeistgespielte Stufe nach Tier 8. Das ist mit Abstand die meistgespielte Stufe. Bei Tier 8 kommt natürlich, wie gesagt, noch hinzu, dass da die ganzen Premium-Panzer unterwegs sind und dass da natürlich auch die Leute alle ihre Credits verdienen. Dass jetzt Stufe 10 noch mehr gespielt wird als Stufe 9, das ist schon krass. Und da können wir vielleicht auch schon einen Teil des Problems sehen. Und zwar, dass hier dieser ganze untere Bereich, das sogenannte Fundament, derzeit, ja, derzeit absolut nicht da ist. Die Leute sind massiv abgefuckt von dem Matchmaking. Damit ist das so eine Teufelsspirale. Weil die Leute abgefuckt sind von dem Matchmaking, wollen sie alle in den Haltier-Bereich, weil da ist man ja nur ganz, ganz selten Lotier oder gar nicht, wenn man 10er fährt. Weil mit einem 10er ist man einfach immer Top-Tier. Mindestens also gesehen einstufige Matches. Und was bedeutet das unterm Strich? Dass der Matchmaker hier in diesen Bereichen es immer schwieriger hat, Matches zu finden, weil eine der höchsten Prämissen des Matchmakers nach wie vor die Wartezeit ist. Der Matchmaker versucht, die Wartezeit so gering wie möglich zu halten. Und damit dienen diese Stufen hier mehr als häufig genug zum Auffüllen. Trotzdem schafft es der Matchmaker irgendwie immer noch wenigstens hier und da, die Top-Tier-Situation herzustellen. Aber eins, wie gesagt, der größten Herausforderungen des Matchmakers ist dieses hier. Da ist jetzt aber auch die Baustelle, die ich gerade angesprochen hatte, in dem Panther-Replay für Wargaming. Das hier sollte eigentlich alle Alarmglocken anwerfen bei Wargaming. Natürlich sieht das erstmal schön aus, weil viele Leute fahren ihre Achter, die sie kaufen. Viele Leute fahren Heightier. Da ist die Ökonomie so, dass es schön teuer wird für die Leute auf Dauer. Und dass Wargaming dadurch vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient. Das große Problem ist aber, normalerweise ein gesundes Matchmaking und eine gesunde Verteilung sollte eigentlich sich hier andersrum aufbauen. Dass der weitaus geringere Teil im Tier 10 unterwegs ist und wir gerade hier in den mittleren Stufen zwischen Stufe 4 und Stufe 8 die meisten Gefechte haben. Also Stufe 5 müsste viel prominenter besetzt sein, Stufe 6, Stufe 7, um hier ein solides Fundament zu bilden, von den Leuten, die sich quasi vorbereiten, dann irgendwann mal hier in diesen Stufen gut unterwegs zu sein. Und das haben wir ganz offensichtlich nicht. Wie könnte man da Abhilfe schaffen? Ganz klar mit dem, was schon große Teile der Community ganz lange fordern, und zwar durchgehend einstufige Battles. Und das müsste man dann einfach mal ausprobieren und das Ganze testweise vielleicht für ein, zwei oder drei Monate, also ein ganzes Quartal laufen lassen und dann einfach mal schauen, was dann dabei rauskommt. Dann hätten die Leute nämlich auch wieder Interesse daran, häufiger Fünfer, Sechser, Siebener zu fahren und da vielleicht ihre Skills zu schulen. Aber es ist mittlerweile schon so, jetzt ich als Streamer kriege das ja auch jeden Tag auf Twitch mit, dass Leute, die irgendwo hier in diesem Bereich unterwegs sind, ins WN8 mäßig, und Siegraten technisch irgendwo hier in dem Bereich sind, dann, wenn ich zwei Runden mal Tier 6 fahre, mich frage, fahren wir heute den ganzen Abend Lot hier oder fahren wir auch nochmal Top Tier? Also auch von der Interessenslage her, auf Twitch und YouTube ist es so, dass die Leute eher diesen Bereich hier sehen wollen und das Interesse an diesem Bereich hier ehrlicherweise relativ marginal ist. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Wargaming muss Anreize schaffen, dass die Leute wieder gerne und länger in diesen Bereichen spielen, um hier ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Und selbst wenn die Entlastung dann nicht kommt, kann man zumindest sagen, dass hier das Matchmaking dann wieder gesünder wird und neue Spieler, vor allem neue Spieler, nicht gleich vertrieben werden. Weil das hier ist eine Situation, die vor allem neue Spieler extrem abschreckt, weil man dadurch halt noch deutlich häufiger Lot hier ist, als man sein müsste. Zum Thema Lot hier, Top Tier, gibt es hier unter dann gleich die nächste Statistik. Hier ist ausgeworfen, wie die Verteilung des Matchmakings ist. Wir hatten ja gerade den Panther angesprochen, als Beispiel, ihr seht hier auch dieser Balken, der hier fehlt. Das ist bei den anderen Stufen dieser weiße Balken und das bedeutet Same Tier. Also einstufige Matchmakings mit nur einer Stufe. Und hier sehen wir jetzt ganz rechts außen ist Top 2. Also ihr seid gegen 5er Top Tier, sind 8,15% bei Tier 7 im Durchschnitt auf der Stufe. Dann haben wir 20,6% plus 1 Matchmaking mit den Tier 7, den ihr fahrt. Das hier, Mittel, bedeutet im Prinzip, dass ihr mit hier seid. Dass ihr in einem 8er Gefecht seid. Ihr seid in der Mitte und darunter gibt es noch 6er. Also das, was wir uns gerade auf Minen angeguckt haben, das sind hier 23% und darunter haben wir dann Bottom, also bedeutet, dass ihr mit einem 7er in einem 8er Gefecht seid, 28,14%. Das deckt sich ziemlich mit meinen Ergebnissen. Ihr hattet es ja vorhin mitbekommen, 42%. Also sind wir hier, ja, doch recht dicht dran. Wobei hier kommen wir jetzt schon über 50%. Aber wie gesagt, das deckt auch die ganze Stufe 7 ab. Da sind auch Lights mit drin, da sind auch Heavies mit drin, etc. pp. Was aber auffällt ist, zum Beispiel auf Tier 10 habt ihr ganz viel einstufiges Matchmaking. Auf Tier 9 habt ihr nur 1,24%, also ganz selten einstufiges Matchmaking. Auf Tier 8 dann wieder 40% einstufiges Matchmaking. Und auf Tier 7 gibt es das einfach mal gar nicht. Wer Ihnen das genauer interessiert, der kann sich das hier gerne anschauen. Aber ihr seht halt auch, dass gerade Tier 6 unverhältnismäßig viel Bottom ist. Also gegen 8 da ran muss. 26,93%. Also mindestens jede vierte Runde seid ihr gegen 8 da am Start. Und dass das natürlich unglaublich frustrierend ist, gerade für Leute, die in dem Bereich dann erstmalig anfangen, so richtig zu grinden, bis man mal die größere Kanone hat. Ich würde sagen, auf diesen Stufen, da geht das noch recht zügig. Tier 6 ist dann so die erste Stufe, da braucht man halt schon mal so 10, 15 Battles, bis man dann die große Kanone hat, bis man dann noch den großen Turm hat. Da gehen schon einiges an Gefechte ins Land. Und wenn man dann das hier sieht, dann ist das natürlich schon massiv abschreckend. Wenn dieser rote Balken hier der größte ist in dem Matchmaking, dann ist das schon mal ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, weil es sollte sich eigentlich die Waage halten. Oder zumindest der gelbe und der mittlere. Die sollten eigentlich die höchsten sein. Und ja, im Prinzip gibt es hier kaum eins, was so richtig gesund aussieht. Also ihr solltet hier den kleinsten Balken haben mit Top Tier plus 2 und hier eigentlich auch den kleinsten Balken mit Bottom plus 2. Und der große Teil sollte sich hier in der Mitte abspielen. Wie ihr aber seht, ist das vielleicht noch bei Tier 8 der Fall. Tier 10 ist halt so eine Sonderstufe, weil es darüber keine Stufen gibt. Aber ansonsten sieht das, finde ich, relativ ungesund aus. Und wenn man das dann hiermit auch nochmal gleichsetzt oder vergleicht, dann sieht man halt auch schon, woran das liegt. Der Matchmaker hat halt hier das volle Potenzial, kann aus dem Vollen schöpfen. Und hier gibt es halt, ja, nicht wirklich viel Optionen für den Matchmaker, weil er ja dann auch noch die ganzen anderen Stufen immer wieder bedienen muss. Gerade zu Zeiten, die nicht Primetime sind, verstärkt sich dieser Effekt natürlich noch erheblich. Also wenn ihr zum Beispiel Schichtarbeiter seid und ihr spielt ganz früh morgens oder ganz spät nachts, dann ist das natürlich noch erheblich verschlimmert, weil dann noch weniger Leute hier unterwegs sind, weil gerade Anfänger und Leute, so normale Grinder, die spielen in der Regel dann wahrscheinlich zur Primetime, wenn sie Feierabend haben, wenn sie von der Schule gekommen sind, mit den Hausaufgaben durch sind, die Arbeitnehmer dann nach Feierabend. Also so in der Zeit von, sag ich mal, 16 bis 22 Uhr, würde ich sagen, ist auf dem EU-Server Primetime. Da kann der Matchmaker dann noch aus dem Vollen schöpfen. Und die anderen Zeiten, da verschlimmert sich dieses Bild noch. Das, nur mal jetzt zu den Statistiken, was man da so vielleicht rausfiltern kann, wo auch grundsätzliche, strukturelle Probleme liegen. Und wie gesagt, ich denke, es wäre der richtige Weg, dass Wargaming hier endlich mal anfängt und zumindest testweise mal einstufige Gefechte absolut präferiert, weil sowas, wie gesagt, sehen wir hier auf Stufe 7 so gut wie überhaupt nicht, beziehungsweise gar nicht. Auf Stufe 9 sehen wir das so gut wie überhaupt nicht. Und dann in anderen Stufen, ja, könnte es auch noch mehr sein. Also das, soweit zu dem Thema. Ansonsten will ich euch jetzt hier noch mal ganz kurz ein paar Sachen zeigen. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auch, wenn ihr auf alle Tanks klickt und euch bestimmte Sachen dann noch darüber hinaus interessieren, zum Beispiel auf den Progetto klicken. Dann könnt ihr hier sehen, wie viele Gefechte mit dem gespielt werden, wo da die Durchschnitts-Winrate, die Durchschnitts-WRN8 liegt. Also das hier sind die ganzen Durchschnittswerte. Und was ganz spannend ist, zusätzlich zu der Skill4L-TU-Index-Seite, ist zum Beispiel, könnt ihr jetzt hier die Loadouts euch auschecken und könnt dann sehen, welche Spielerstufe mit welchem Loadout durch die Gegend fährt. Und seht dann vielleicht auch mal so ein paar Unterschiede. Und könnt dann hier dementsprechend auch rechts noch sehen, wie die prozentuale Verteilung ist. Also 63,7% der Spieler fahren mit einer Standard-Lüftung. 15,83% der Spieler fahren mit einer Bond-Lüftung. Und immerhin gibt es 1,12% der Spieler, die mit einem Scherenfernrohr auf dem Progetto unterwegs sind. Und 0,28%, die mit Additional Grousers unterwegs sind. Ja, also ganz, ganz wilde Geschichten hier. Hier kann man auch ganz viel Zeit verbringen und ganz viel stöbern. Hierunter seht ihr dann auch noch die meistgenutzten Crew-Skills und Perks. Also hier solltet ihr definitiv immer mal vorbeischauen, weil einem das unglaublich viele Informationen geben kann. Und wenn man so ein bisschen die Statistiken versucht zu interpretieren, dann findet man hier auch sehr viele Antworten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel für euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Denkt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir vor allem auch, wie ihr das seht mit dem Matchmaking, ob ihr auch sagt, ja, einstufiges Matchmaking, das muss jetzt erstmal testweise hin, weil zum einen das Thema Balancing ist ja auch noch ein Problem, was man extrem schwer hinkriegt mit diesen Plus-Zwei-Minus-Zwei-Geschichten. Die Stufen alle gegeneinander auszubalancen ist, glaube ich, mittlerweile bei der Anzahl an Panzern fast unmöglich. Und dann würde mich natürlich nochmal eure Meinung dazu interessieren, wie das aussieht mit dem Thema Matchmaking. Und ob ihr zu den Leuten gehört, die sagen, ja, ich spiele lieber 8er, 9er, 10er, weil da bin ich wenigstens kein Lothier, auch wenn meine persönlichen Fähigkeiten dafür vielleicht gar nicht so richtig ausreichen. Also, das würde mich mal interessieren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!